Wir schauen uns Insane Parents an, also für die ganzen verrückten Eltern da draußen. Und falls ihr auch so verrückte Eltern habt wie in diesem Video, dann tut ihr mir alle leid. Lasst es mich gerne wissen. Ich habe herausgefunden, dass mein Sohn versuchen wird, sich zu impfen, sobald er 18 wird in einem Monat. Wie kann ich ihn stoppen? Die Antwort sagt es, gut, akzeptiere, dass du einen Sohn erzogen hast, der schlauer ist als du. Die Story dahinter ist, OP ist ein bisschen depressiv und hat deswegen sehr lange nicht aufgeräumt und hat der Mutter ein Bild geschickt. Das ist ein Bild, bevor ich aufgeräumt habe. Du bist besser als das. Daher räume ich auf. Bitte hör auf, dass sowas passiert. In meinem Leben ist sowas nie passiert. Kein Wunder, dass du depressiv bist. Du verstehst das falsch. Ich würde an selbst denken. What? Wenn du nicht verstehst, dass es durch Depressionen entstanden ist. Weil deine Mutter ein bisschen zurückgeblieben ist. Das Einzige, was dir gehört, ist jetzt weg. Ich habe es angezündet, weil ich so ein toller Eltern bin. Schau her, ich darf alles machen. Und was ist, wenn er damit zur Polizei gehen würde? Dann auf einmal nicht mehr. Vor allem, wenn das Kind sagt, dass du so kleinkindlich bist, dass du erwachsen werden solltest. Dann solltest du darüber nachdenken. Das war noch eine Antwort darauf, als sie gesagt hat, hey, du solltest mal lieber erwachsen werden. Jetzt hast du nicht mal mehr einen Laptop zu Hause. Ich werde in die Kirche gehen. Willst du mitkommen? Ich werde Liebe verteilen. Nein. Ich bin nicht religiös und ich habe Covid. Beides sind keine Gründe dafür. Ich würde hoffen, dich nach dem Leben wiederzusehen. Ich nicht. Ganz ehrlich, würde meine Mutter so dumm sein? Nee. Nee. Ich würde nur hoffen, dass man danach nicht nochmal zur gleichen Mutter kommt. Ich bin gleich in meiner Mittagspause, falls du ein bisschen reden möchtest. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich habe gerade angefangen aufzuräumen. Dann mach doch eine Pause und red mit mir. Hör auf, sowas als eine Entschuldigung zu nehmen, um nicht mit mir zu sprechen. Wenn du das machst, sind wir 100% fertig miteinander. Hast du nicht gerade gesagt, dass es alles in Ordnung ist? Und jetzt bedrohst du mich? Denkst du überhaupt nach, bevor du irgendwas erzählst? Hä? Ich wollte dich gerade anrufen und jetzt sauber machen. Denk dir was Besseres aus. Mach mal deine Wohnung für ein paar Monate nicht sauber und schau mal, was passiert. Erster Tag in der ersten, vierten und sechsten Klasse. Ah, wie? Warum hast du deine Tochter so komisch Photoshoppen müssen? Was zur Hölle ist falsch mit dir als Elternteil? Außer sie hat natürlich zwei gebrochene Arme und Hüften. Das Kind schaut gerade nach ein T-Shirt und sucht sich da was Passendes heraus und hat halt einfach so ein Farbrad, um zu schauen, was gut ausschaut. Und dann hat die Mutter gefragt, warum LGBT plus durch minus zwei Themen? Hä? Was ist LGBT plus minus zwei? Es ist ein Farbkreis. Ich habe ein ähnliches Design auf Red Bubble gesehen. Es schaut nach Regenbogen-Mafia aus für mich. Aber du bist du. Okay, homophobe Eltern sind immer toll. Da weißt du, das Gehirn hat sich noch nicht viel entwickelt. Und falls ihr mehr Glück hattet mit euren Eltern, vergesst nicht zu abonnieren. Und falls nicht, dann auch. Hast du ein Verhütungsimplantat? Warum? Du hast etwas in deinem Kalender markiert, dass du das Implantat wechseln musst. Warum schaust du drei Jahre in die Zukunft auf meinem Kalender? Wir müssen darüber reden, wenn du nach Hause kommst. Ich gehe einfach ins Bett, wenn ich nach Hause komme. Und das geht dich nichts an, was ich mit meinem Körper mache. Als Erwachsener. Ich bin deine Mutter. Natürlich geht mich das was an. Wenn das nicht sicher ist und du nicht über die Konsequenzen nachdenkst. Ich habe das Gefühl, zu verhüten ist genau das Gegenteil von nicht sicher. Du wirst morgen das Haus nicht verlassen, bis wir das geregelt haben. Du kannst dich nicht so benehmen, wenn du nicht mehr einen Freund hast. Okay, ich werde meine Arbeit sagen, dass meine Mama mir Hausarrest gegeben hat, weil ich nicht darüber reden möchte, warum ich nicht schwanger werden möchte. Mit so einer Mutter kannst du nicht mehr reden. Oh, ich bin so froh, dass ich in einer Generation aufgewachsen bin, die noch ein Rückgrat hat. Kinder in den 70ern, wenn du verprügelt wurdest. Keine Sorge, Daddy. Ich hatte nur einen kleinen Kampf in der Schule. Und dann Kinder heute. Dieser böse Kommentar auf Facebook hat mich komplett zerstört. Wie wird das mein Vater und mein Vater sagen? Alter, die sind so vogue, diese Seite. Wie man schlägt sich jetzt nicht mehr so oft wie früher in der Schule. Hä? Was ist mit denen falsch? Wo bist du? Wir haben gerade Grillt verlassen. Was auch immer das für ein Geschäft ist. Welchen? Den Wintergarten? Also bist du nicht im botanischen Garten? Nein, wir sind einfach draußen. Da ist ein iPlay und wir gehen in die Arcade. Warum hast du deine Location ausgeschaltet? Warum trackst du mich? Ja, ich würde das auch gerne wissen, wenn ich das Kind wäre. Imagine deine Mutter oder dein Vater muss immer genau wissen. Oh, okay, mein Kind ist jetzt seit 5 Minuten auf Klo. Wehe, das ist noch 2 Minuten länger da. Atombomben sind einfach nur eine Lüge. Genau wie Corona und 9-11. Aber ihr könnt ja alles glauben, was die Medien euch sagen. Und Querdenker gibt es echt überall. Und Verschwörungstheoretiker sind ja eigentlich das Gleiche. Ich habe gerade das Sorgerecht für meine Kinder verloren. Sommer! Haha, es wird voll crazy. Ha, ja, 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 ja. Wenn du dich freust, dass du so eine scheiß Mutter bist. Nur ich konnte diesen alten Kamin wieder öffnen und dann noch ein Feuer für Stunden anhaben, ohne zu schauen, ob wir überhaupt einen Schornstein haben. Da, wo der Rauch eigentlich rausgehen muss. Es hat sich herausgestellt, wir haben gar keinen Schornstein. Hahaha. Und dass es vielleicht einen Grund gab, warum da kein Kamin mehr ist. Ich habe das Nachbarhaus damit fast angezündet. Glückwunsch. Lass mich dich eine Frage stellen. Wenn du wüsstest, dass ich bald nicht mehr sein würde. Und du könntest mich retten, indem du deine Haare abrasierst. Würdest du es tun? Ich frage nur so. Weißt schon, dass sowas niemals passieren würde? Ich frage eine Frage. Ich wette, du würdest das eh nicht tun, wenn du mich so retten könntest. Nee, würde ich auch nicht. Würdest du oder würdest du nicht? Warum versuchst du mich immer zu irgendwas zu drängen? Mit sowas. Ich frage doch nur eine Frage. Was würdest du tun? Hallo. Chad. Du würdest mich sterben lassen. Würdest du? Hörst du dir manchmal selbst zu? Ich frage doch nur. Aber ich kenne deine Antwort. Danke für die Rettung. Warum sollte ich dir antworten? Es ist doch komplett obvious, dass du einfach nur willst, dass ich meine Haare ändere. Halt deine ekligen Haare. Denkst du, du kannst mir und Daddy 600 Dollar bis Freitag leihen? Wir wurden für ein Auto zugelassen. Aber wir müssen 1100 schon vorzahlen. Und ich habe nur 500. Und ich werde erst den Rest am nächsten Freitag haben. 600? Ich habe nicht mal 600. Oh, du solltest doch ganz viel Geld haben. Hör auf, das Geld auszugeben. Ich habe maximal 300. Und wieso fragst du mich, dass ich dir Geld leihe und dann gleichzeitig sagst, dass ich weniger ausgeben soll? Sie meint damit, du sollst dir das Geld nicht geben, weil du zu viel Geld einfach ausgibst für deine Mutter, die nicht mal dankbar dafür ist. Es tut mir so leid. Ich muss leider das Kunstgewinnspiel absagen. Meine Eltern haben mein Tablet zerstört. Es wurde in Stücke geschlagen, weil ich nicht rechtzeitig heute Morgen aufgestanden bin. Jetzt kann ich nicht mal mehr zeichnen. Einer der wenigen Sachen, die ich liebe. Und ich kann es mir nicht leisten, das wieder zu kaufen. Wusstet ihr, dass Eltern nichts von euch kaputt machen dürfen? Also es ist natürlich blöd. Aber theoretisch könnte dir Schadensersatz verlangen. Ein Silberrücken-Gorilla. Ich hoffe, der heißt so auf Deutsch. Sieht ein kleines Mädchen, die sich auf der Brust rumklopft. Also rennt er zu ihr. Es ist nie zu früh für kleine Kinder zu wissen, dass Natur nicht weiß, was Vogue ist. Habe ich irgendwie zwei verschiedene Sachen gelesen? Das ist so typisch Twitter. Du kannst auf Twitter sagen, oh, ich liebe Waffeln. Und jemand kommt da hin und sagt, oh, also hast du Pfannkuchen? Hast du irgendwelche richtig komischen Hoodies bestellt? Ja, einer davon ist für einen Freund. Ist dein Freund schwul? Ich bin gerade sehr besorgt. Ja, ist sie. Für wen ist der? Und was heißt, let's get this bread? Komm, lass uns das Brot holen. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Es ist sowas wie, let's do this? Es ist nur ein Slang. Ich hätte, glaube ich, schon lange aufgegeben, dieser Mutter irgendwas zu erklären. Wer ist dein Freund? Und wie viel hast du dafür ausgegeben? Die haben die schlechteste Qualität, die ich je gesehen habe. Bitte bestell nie wieder sowas. Du hättest genauso dein Geld einfach verbrennen können. Okay, sorry. Die haben irgendwie 25 Dollar gekostet. Jeder davon? Ja. Das kannst du nicht tragen. Elena hat für ihr es selbst bezahlt. Ist doch völlig egal, wer dafür bezahlt hat. Warum kann sie es nicht tragen, weil da ein Brot drauf ist? Seit wann sind Brote so schlimm? Erlaub deiner Frau niemals, dich Baby oder Bay zu nennen. Entweder nennt sie dich bei Namen oder bei Daddy. Bitte call me Daddy. Daddy Fufu. Sie ist deine erstgeborene Tochter, nicht deine Mutter. Hä? Ich hoffe nicht. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich die jetzt nicht heiraten wollen. Holy shit. Ich will den Rest gar nicht mehr lesen. Da ist genauso Schwachsinn nur noch unten. Ich werde nichts essen oder trinken, bis du wieder nach Hause kommst. Bist du jetzt fröhlich? Jetzt wirst du jeden Tag Milch bekommen. Und nur wenn du sie trinkst, kannst du das Haus verlassen. Wie kannst du es wagen, dass du die Milch nicht trinkst, die ich gemacht habe? Denkst du, dass ich dein Sklave bin, der jeden Tag nur für dich morgens kocht und dann im Hintergrund steht? Und dass du entscheiden kannst, ob du es isst oder nicht? Ich hoffe, ich kann entscheiden, was ich esse oder nicht? Imagine, du ist irgendwie auf der Arbeit und deine Mutter besteht einfach darauf, dass du alles zu Hause noch auf isst. Und wundert sich dann am besten. Hä, warum nimmst du zu? Warum hast du davor was gegessen am ganzen Tag, während du nicht bei mir bist? Äh? Was, leid ihr? Hat Haare? Lass mich raten. Und der ist gender neutral, oder? Ich sag ja, Twitter ist so eine Bubble für sich. Du kannst das eine sagen und andere was komplett anderes sagen. Ohne Sinn und Verstand. Wow, 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 wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da.